Was bedeutet Extremereignisse? Für Naturgefahren, Naturrisiken und ganz besonders für das Katastrophenmanagement sind Extremereignisse von besonderer Bedeutung. Grundlegend stellt sich die Frage, was bedeutet überhaupt Extrem? Und was ist dementsprechend ein Extremereignis? Eine umfassende Darstellung des Begriffes erfolgt bereits in der MOOC Klimawandel in der Lektion 6. Dort werden Extreme definiert, differenziert und gemäß ihrer Auswirkungen unterschieden und es werden verschiedene Bezugssysteme, die für Extreme wichtig sind, im Detail erläutert. Es wird empfohlen, diese Lektion zu absolvieren, da die Inhalte eine ausgezeichnete Ergänzung zu diesem Video sind. Als Basis ist mitzunehmen, dass der Begriff Extreme sich auf beides bezieht, auf die Naturgefahr an sich und oder auf die Konsequenzen durch die Naturgefahr. Extremereignisse erschweren die detaillierte Analyse von Naturgefahren sehr, da dafür sehr häufig nur kurze Messzeiträume vorliegen. Extreme Naturgefahren werden besonders mit sehr großer Magnitude, also sehr hoher Überschwemmung, sehr großem Vulkanausbruch, sehr große Schneelawine assoziiert. Und diese großen Magnituden, die treten sehr selten auf. Das heißt, solche Großereignisse können auch nur in den verschiedensten Fällen beobachtet werden. Wenn keine Detailinformationen vorliegen, behilft man sich mit historischen Quellen, also Tagebüchern, frühere Ernteaufzeichnungen, alte Gemälde etc. Und häufig werden auch Sedimentarchive genutzt. Das heißt, man sucht und charakterisiert jegliche Evidenzen, die man noch von solchen Großereignissen in der Natur findet. Zum Beispiel Sedimentablagerungen von Überschwemmungen, Aschen von Vulkanausbrüchen. Diese Nachweise werden dann der Magnitude in Kontext gebracht, die notwendig war, um eben diese Evidenzen zu produzieren, eine sogenannte Back-Analysis. Extreme können aber auch im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Konsequenzen gesehen werden. Hierzu ist der Grad der Betroffenheit in der Gesellschaft essentiell. Diese gesellschaftlichen Konsequenzen können direkt vor Ort oder auch indirekt weit entfernt auftreten. Hierbei ist die Kausalität zwischen Magnitude des Prozesses und Ausprägung der Konsequenzen häufig nicht gegeben. Wenn beispielsweise eine sehr große Überschwemmung auftritt, die Menschen aber daran angepasst sind, dann werden die Konsequenzen trotz einer extremen Magnitude der Naturgefahr sehr gering sein. Auf der anderen Seite, wenn Menschen sich stark gegenüber Naturgefahren exponieren, dann kann auch eine ganz normale Magnitude einer Naturgefahr extreme Konsequenzen für die betroffenen Gesellschaft nach sich ziehen. Auch der Bezug von Extremen zu einer Katastrophe ist vielschichtig. Von einer Katastrophe spricht man dann, wenn der Impact auf eine betroffene Gesellschaft so groß ist, dass die eigenen Kapazitäten nicht mehr ausreichen, um die entsprechenden Konsequenzen zu bewältigen und externe Hilfe und Unterstützung notwendig ist, egal ob das Bezugssystem eine Person, eine Familie, eine Gemeinde oder eine bestimmte Region ist. Extreme können diesbezüglich auftreten, wenn entweder die Naturgefahren noch nie erfahrene Ausmaße annimmt oder wenn sich die Gesellschaft in einer Region entwickelt hat, die schon immer gefährdet war, aber dies bei der Entwicklung eben nicht berücksichtigt wurde. Ein klassisches Beispiel ist hier eine Siedlung eines Murkegels. Eine vielleicht alle 30 Jahre auftretende Mure findet auf eine Murkegel einfach nur statt, ganz normal. Nach dem Bau einer Siedlung verwüstet aber genau diese Mure diese neue Siedlung und produziert eine Katastrophe. Extreme zu untersuchen ist folglich nicht trivial, besonders nicht hinsichtlich der Berechnung möglicher Szenarien, die ja notwendig sind, um dazu beizutragen, dass Regionen auch zukünftig gefahrlos zu nutzen sind. ... S ... ... ... Vielen Dank.